Bayerns Wunschstürmer Harry Kane ist Medienberichten zufolge nicht zum Testspiel seines Vereins Tottenham Hotspur beim FC Barcelona gereist. Laut Sky Sports habe dies allerdings nichts mit dem Transferpoker um Kane zu tun. Demnach soll Tottenham-Trainer angeposte Koglu auf mehrere Spieler verzichten, die schon am Sonntag beim Testspiel gegen Schachter Donetsk im Einsatz waren. Ein offizielles Statement des Vereins gab es dazu nicht. Das Freundschaftsspiel beim FC Barcelona findet am heutigen Dienstagabend statt. Zuvor war bekannt geworden, dass Kane noch vor dem Start der Premier League in dieser Woche Gewissheit über seine Zukunft haben möchte. Wie der britische Telegraph berichtet, will Kane einen Wechsel zunächst auf Eis legen, wenn diese Woche keine Einigkeit beider Vereine über einen Wechsel zustande kommt. Der FC Bayern erwägt aktuell offenbar, das Angebot noch einmal nach zu bessern. Grundsätzlich laufen die Gespräche dem Vernehmen nach aber positiv. Untertitelung des ZDF für funk, 2017